Es ist wieder so weit, wir starten durch in die Kinder-Bibel-Action! Und es ist Ostern, endlich Ostern, wir warten die ganze Zeit drauf. Franz, es ist Ostern! Ja, du, Ruth, ich bin voll dafür, kann ganz gut verstecken. Ich kann richtig gut verstecken. Soll ich dir mal zeigen? Ja, was soll ich denn verstecken? Äh, ein Schokolade, irgendwas. Ich kann es so verstecken, dass du es nie mehr findest. Ach was. Doch, das kann ich. Na dann. Du musst jetzt die Augen zu machen. Okay. Wie lange? Kann ich gucken? Mhm. Okay, ich gucke. Wo? Such doch. Guck mal, hier ist gar nichts. Hier ist gar nichts. Hier ist gar nichts. Franz. Das ist ein sehr gutes Versteck. Okay, Franz. Mach mal den Mund auf. Ah, lecker, lecker. Das war mir klar, dass du das findest. Du bist echt der Knaller. Komm, spuck mal. Oh, so lange doch noch nicht. Okay. Franz, du bist der Knaller. Mann, das wollte ich essen. Ich geb dir nachher ein neues, okay? Okay. Aber, ähm, ich finde, du könntest das mal das nächste Lied ansagen. Mhm. Ja, weil, ähm, ich bin nämlich voll der Knaller. Und Gott ist auch voll der Knaller. Und deswegen singen wir jetzt mit Gott zu leben. Das ist der Knaller. Da oben, da, 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 da ist das der Link. Und ihr könnt auf Pause klicken und dann singen wir das jetzt. Ich hab für euch heute wieder ein Extonspiel dabei. Viele von euch kennen vielleicht Montagsmaler. Wir spielen hier heute aber Sonntagsmaler. Ich werd für euch hier ein paar Begriffe, ähm, aufzeichnen. Ihr dürft zu Hause mitraten. Hier bei mir wird die Deppi mitraten. Und für jedes Richtige bekommt ihr von euren Eltern was Süßes zu Hause. Ich würd sagen, wir legen gleich mal los mit dem ersten Bild. Hund? Nein. Patse? Nein. Maus? Ah, Hase. Richtig, Hase. Ich hoffe, ihr habt es zu Hause auch raten. Das ist ein Hase. Ich bin mir sicher, viele von euch können das schöner zeichnen als ich. Okay, Begriff Nummer zwei. Eine Schachtel. Ja, Schachtel stimmt schonmal. Ein Korb. Ah, ein Osternest. Richtig, ein Osternest. Und jetzt hab ich noch einen dritten Begriff für euch. Passt gut auf. Wie ist der, wie ist der, wie ist der? Feld. Baum. Blume. Ja, Blumenwiese. Blumenwiese. Ja, aber wann gibt es eine Blumenwiese? Im Sommer? Im Sommer? Gibt es im Sommer nicht einen? Wann noch? Ah, Frühling. Im Frühling. Ich hoffe, ihr habt zu Hause auch richtig geraten. Und wenn ihr alle drei richtig habt, dann geht zu euren Eltern und verlangt Schokolade von denen. Und so wie ich jetzt hier Bilder gemalt habe, hat auch heute die Hut für euch wieder was vorbereitet. Sie hat ganz viele Bilder gemalt, wo sie euch heute eine biblische Geschichte erzählt. Wir haben tatsächlich die Bilder von der biblischen Geschichte gemalt. Und ich glaube, das erste Bild, das kennt ihr gut. Das Kreuz von Jesus. An dem musste er sterben. Die Leute, die ihn nicht mehr wollten, dass er lebt. Und Jesus hat gesagt, okay, ich nehme das auf mich. Wenn die Leute mich hassen, ich nehme die ganze Schuld, die Last der Menschen auf mich. Ich werde für die Menschen sterben. Die Freunde von Jesus, die konnten es nicht fassen. Die waren fix und fertig. Jesus war wirklich tot. Und man lebte Jesus in einem Grab. Es war nicht ein normales Grab wie bei uns in Deutschland. Es war ein Felsenkrab. In einem Hügel drin. Und vorne drauf war ein schwerer Stein. Die Leute konnten Jesus und das Grab nicht mehr besuchen, weil es war Festtag. Aber gleich an der ersten Möglichkeit, der ersten Zeit nach dem Feiertag, da hat die eine der besten Freundinnen von Jesus gesagt, ich gehe zum Grab. Ich will Jesus, auch wenn er tot ist, noch was Gutes tun. Und er beschloss und sie beschloss, ich will ihm noch den ganzen Körper mit Salbe, mit Parfüm einreiben. Das hat man damals in Israel so gemacht, dass die Leute richtig schön rochen. Auch die Toten noch mal ein letzter Dienst aus Liebe. Die Maria hat nur überlegt, hm, vor diesem Grab liegt ein großer Stein. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich ihn wegbekomme. Aber vielleicht ist ja jemand da irgendwo in der Nähe, den kann ich fragen, den Stein wegzuschubsen. Und sie lief dorthin. Und sie kam an diesem Grabhügel an. Und sie konnte es nicht fassen. Ihre Augen gingen sperrangelweit auf. Ihr Mund stand sperrangelweit offen. Das Grab stand sperrangelweit offen. Es war leer. Der Jesus, der tote Jesus, den sie einwalsamieren wollte, den sie einparfümieren wollte, er war nicht da. Maria rannte so schnell sie konnte. Sie rannte, sie wollte es nicht verstehen. Was konnte es sein? Hatte irgendjemand den toten Jesus aus dem Grab genommen? Hatte jemand irgendwie Jesus versteckt? Und irgendeinen Schabernack gemacht? Maria rannte zu den Freunden von Jesus. Die waren gerade alle zusammen in einem Haus. Und Maria sagte, ihr müsst schnell kommen. Bitte kommt schnell zu diesem Grab. Der Stein ist nicht mehr davor. Jesus ist nicht mehr im Grab. Bitte schaut es euch mit mir an. Jesus ist weg. Zwei der Freunde von Jesus, Johannes und Petrus, die wussten nicht, was sie denken sollten. Sie liefen so schnell sie konnten. Sie liefen ein kleines Wettrennen. Sie wollten ganz schnell am Grab sein. Und Johannes war zuerst da, aber er traute sich nicht ins Grab reinzugehen, während Petrus in das Grab hinein schaute. Im Grab war tatsächlich kein Jesus. Da lagen nur die Leintücher, auf denen Jesus gelegen hatte. Die waren als einziges noch da. Petrus und Johannes waren verwirrt. Kein Jesus. Und verwirrt gingen sie wieder zurück in ihr Haus. Maria blieb allein beim Grab und sie weinte. Sie weinte voller Schmerzen und sie vermisste Jesus. Jesus war tot und jetzt war er auch nicht da. Was war los? Sie verstand die Welt nicht mehr. Noch einmal schaute sie ins Grab hinein mit ihren verweinten Augen. Aber sie konnte es nicht fassen. Im Grab saß ein Engel und er sagte zu ihr, Maria, warum weinst du? Maria war verdattert, aber sie sagte, ich suche meinen Herrn. Ich finde meinen Herrn nicht mehr. Er war hier drin. Er war tot. Er ist nicht mehr da. Der Engel sagte nichts und Maria drehte sich um, weil sie merkte, dass hinter ihr je jemand stand. Und sie drehte sich um. Sie fragt diesen, der hinter ihr steht und sagt, weißt du, wo Jesus liegt? Und diese Person sagte nur, warum weinst du denn? Sie sagte, na, weil Jesus, mein Herr, nicht mehr lebt und er lag in diesem Grab und er ist nicht mehr da. Jesus, mein lieber Jesus. Und in diesem Moment fängt diese Person an mit sprechen. Sie sagt, Maria. In diesem Moment, wo diese Person Maria sagt, merkt Maria, das ist Jesus. Dieser Mensch, es war nicht der Gärtner, es war nicht irgendjemand, es war ihr lieber Jesus. Er lebte. Er lebte. Jesus war nicht mehr tot. Er war nicht irgendwo versteckt unter Leintüchern. Er lebte. Er lebte. Er war wieder da. Maria konnte es nicht fassen. Sie streckte ihre Hände nach Jesus aus und wollte ihn berühren, betasten, wollte ihn festhalten. Aber Jesus sagt zu ihr, Maria, halte mich nicht fest. Geh zu den Jüngern, geh zu meinen Freunden, sage ihnen, dass ich wieder lebe. Ich bin nicht tot. Gott hat mich auferweckt. Ich bin stärker als der Tod und ich werde meine Freunde treffen. Maria rannte so schnell sie konnte. Diese Freudenbotschaft, die wollte sie zu den Freunden bringen, zu den Jüngern. Die wollte sie durch ganz Jerusalem rufen. Jesus lebt. Die Freude, die puckerte in ihrem Herz, die war riesengroß. Und ehrlich, diese Freude gibt es bis zum heutigen Tag. Jesus lebt immer noch. Er ist hier bei euch zu Hause. Er ist hier. Er lebt. Er hört uns. Und ich finde, das ist für mich so eine dicke Freude. Lasst uns mal ein Freudenlied, ein richtiges super Osterlied singen. Wir haben ein Lied, wieder oben für euch verlinkt. Klickt drauf. Schaltet auf. Schaltet auf. Pause. Und dann singen wir zusammen Freude. Ich möchte mit uns jetzt gemeinsam beten. Ihr könnt gerne auch zu Hause einfach mitbeten. Ja, Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass wir Ostern feiern dürfen. Ich möchte dir Danke sagen, dass du lebst. Und ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du bei jedem, egal wo er jetzt zu Hause auch sitzt, dass du in aller Leben einfach auch Freude bringst. Amen. Juuu. 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 Was meinst du da? Ich meine Freude. Huuuu. Wow. Siehst du doch, oder? Ja, sieht wunderschön aus. Juuu. Juuu. Wenn ihr genauso viel Spaß habt, wie der Franz am Malen, dann haben wir jetzt noch zwei Sachen, die ihr machen könnt, damit euch nicht langweilig wird. Und dafür haben wir einmal ein Spiel, wo ihr euch die Augen verbinden dürft. Und dann dürft ihr euch einen Begriff überlegen, den müsst ihr malen. Und euer Bruder oder eure Schwester, Mama oder Papa, die müssen dann den Begriff erraten. Und dann könnt ihr euch ganz viele verschiedene Begriffe überlegen und Punkte sammeln, wer mehr schafft. Und als zweites Spiel habt ihr noch ein anderes Spiel. Und da muss ich jetzt den Franz fragen, ob ich einen Stift ausleihen darf. Okay. Dankeschön. Und dafür faltet ihr dieses Blatt in vier Abschnitte. Dann faltet ihr es einmal zu. Und dann dürft ihr euch überlegen, zuerst einmal einen Kopf zu malen. Jeder aus der Familie nimmt ein Blatt und malt einen Kopf. Dann gebt ihr das verdeckt weiter. Und die nächste Person, an die ihr es weitergebt, muss einen Körper malen. Okay. Da könnt ihr jetzt überlegen, ob ihr eine Jacke malt oder ein Kleid oder einen Pulli. Und dann faltet ihr es wieder zu. Die nächste Person muss eine Hose, einen Rock, eine kurze Hose oder ein Kleid malen. Und dann darf die nächste Person noch Beine und eventuell irgendwelche Schuhe dazu malen. Und am Ende von diesem Spiel habt ihr eine ganze Person dazu entwickelt. Und da kann die ganze Familie mitmachen und ihr könnt die verschiedensten Personen entwickeln. Und jetzt möchten wir noch den Segen euch zusprechen. Ihr Lieben, seid gesegnet. Der Herr segne euch und er behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und gebe euch seinen Frieden. Amen. Oh, Jesus lebt. Er ist hier. Er ist für euch zu Hause. Feiert schönen Ostern. Macht eine schöne Osterwoche. Tschüss, tschüss. Juhu. Und nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Und schreibt in die Kommentare. Und wenn es euch, dass ihr kein Video mehr verpasst, dann abonniert einfach den Kanal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.